Ich hatte schulterlange Haare, bin mit dem Motorrad durch die Stadt gerast. Mein Stammplatz mit zwei Freunden war die Pommesbude auf dem Marktplatz bei uns um die Ecke. Ich habe angefangen zu rauchen und Bier zu trinken. Welche Partei würdet ihr bei einem Politiker vermuten, der so etwas über seine eigene Jugend gesagt hat? Die Grünen vielleicht? Die Linke? Die SPD? Um mal alle Klischees der Reihe nach durchzumachen? Ja, das könnte schon sein. In diesem Fall ist das aber falsch. Es geht um die CDU. Und der Mann, der das gesagt hat, ist der Chef dieser Partei, nämlich Friedrich Merz. Friedrich Merz, ein Mann, der sehr lange schon auf ein politisches Ziel hinarbeitet und darauf hofft, es in dreieinhalb Jahren endlich zu erreichen. Er möchte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Jetzt ist es bis dahin natürlich noch eine ganze Weile hin. Aber weil man Friedrich Merz gefühlt ständig irgendwo in Talkshows sieht oder an anderen Stellen in den Medien, ist es hier mal höchste Zeit zu klären, wer ist dieser Mann eigentlich? Was sagen seine Befürworter? Was sagen seine Gegner? Genau darum geht's jetzt. Was einem sofort auffällt, wenn man Friedrich Merz mal irgendwo sehen sollte, das ist seine Größe. 1,98 Meter ist er groß und damit rund 30 Zentimeter größer als der aktuelle Bundeskanzler Olaf Scholz. In der Öffentlichkeit war und ist das für Friedrich Merz sicher ein Vorteil, weil er immer direkt wahrgenommen wird, wenn er irgendwo auftaucht. Aber privat hat das auch Nachteile, wie er in einem Interview erzählt hat, nämlich in dem gleichen Interview, aus dem ich gerade schon zitiert habe. Im Jahr 2000 hat der Tagesspiegel dieses Interview geführt und darin sagt Friedrich Merz folgendes. Ich würde gern in einem Formel-1-Auto über den Nürburgring fahren, aber ich passe nicht in diese kleinen Rennautos. Ich bin zu groß. Jetzt, 20 Jahre danach, hat das immer noch nicht geklappt. Politisch ist Friedrich Merz aber ein ganzes Stück weiter gekommen. Damals im Jahr 2000 war er Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, die in der Opposition gewesen ist. Und heute ist er das auch wieder. Aber, und das ist der wesentliche Unterschied, wie schon zu Beginn gesagt, seit Anfang dieses Jahres ist er außerdem auch noch Parteivorsitzender der CDU. Es klingt alles ein bisschen so, als wäre 20 Jahre lang kaum was passiert bei Friedrich Merz, aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Zwischen 2000 und heute hat Merz unter anderem einen Machtkampf gegen Angela Merkel verloren, die Politik komplett verlassen, viele Millionen Euro verdient und dreimal in eine Wahl gehen müssen, bis er am Ende tatsächlich Chef der CDU war. Was ist da genau abgelaufen? Schauen wir uns das mal an und zwar auch mit Blick auf zwei wichtige Fragen. Zum einen, was sagen seine Gegner und jetzt erstens, was sagen seine Befürworter? Für die, das kann man ganz einfach zusammenfassen, ist Friedrich Merz eine absolute Führungsfigur, ein Macher. Einer, der genau weiß, worauf es ankommt und der das Gewinnen sozusagen in den Genen hat. Und aus Sicht seiner Anhänger lässt sich davon schon einiges aus der frühen Biografie von Friedrich Merz ablesen. Geboren ist er 1955 im Sauerland in Nordrhein-Westfalen, in eine wohlhabende Familie hinein. Gefehlt hat es Friedrich Merz, das kann man so sagen, in seiner Jugend an nichts, aber trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb, war er damals ziemlich aufmüpfig. In der Schule hat er während des Unterrichts Karten gespielt. Er hat kaum aufgepasst, musste die achte Klasse wiederholen und letztendlich sogar die Schule wechseln. Alles nicht gerade ruhmreich, aber Friedrich Merz spricht darüber heute mit einer gewissen Nostalgie. Er war eben schon immer einer, der sich nicht einfach unterordnen wollte, sagen seine Befürworter. Und vermutlich ist genau das auch das Bild, das Friedrich Merz gerne vermitteln möchte. Er selbst sagt dazu, Zitat, Am Ende hat Friedrich Merz dann aber doch einen sehr bürgerlichen Weg eingeschlagen. Seine Noten wurden besser, er ist an die Uni gegangen, hat studiert und nach dem erfolgreichen Abschluss des zweiten Staatsexamens war er ausgebildeter Jurist und hat zunächst als Richter gearbeitet. Genauso wie sein Vater. Ein Vater übrigens, der ihm, das sagt Friedrich Merz selbst, viele konservative Werte mitgegeben hat und auch ein christliches Weltbild. Damit passt er perfekt zur CDU, sagen seine Anhänger. Und loben zum Beispiel, dass Merz schon vor 20 Jahren davon gesprochen hat, es müsse ein deutsches Leitbild geben, an dem sich alle, die bei uns leben, orientieren müssten. Eine Haltung, mit der er schnell politisch Karriere gemacht hat. Zuerst Vorsitzender der Jungen Union in seiner Heimatstadt, dann mit 35 Jahren Mitglied des Europäischen Parlaments von 1989 bis 1994. Danach ging es dann direkt weiter in den Bundestag, wo Friedrich Merz bis 2009 Mitglied gewesen ist. Und direkt zu Beginn seiner Zeit als Abgeordneter hat er gezeigt, wie er gerne wahrgenommen werden möchte. Seine erste Rede, die protokolliert ist, fängt direkt mit einem Angriff auf einen Abgeordneten der SPD an. Zitat, sie haben, ich bedauere das, in diese Debatte einen, wie ich finde, unnötig scharfen Ton hineingebracht, der dem Thema nicht angemessen ist. Viele Ich-Botschaften an dieser Stelle von Friedrich Merz. Wie gesagt, das sind die ersten Worte, die Friedrich Merz am Mikrofon des Bundestags im Rahmen einer Rede gesprochen hat. Später teilt er dann noch gegen die Grünen aus und bekommt am Ende laut Protokoll auch Beifall vom damaligen Koalitionspartner der Union, der FDP. So ist er, der Friedrich Merz, sagen seine Anhänger. Immer geradeaus, sich für keinen Konflikt zu schade und rhetorisch absolut fit. Das schreiben sie ihm zu. In seiner Partei kann Friedrich Merz sich damit schnell einen Namen machen und schafft es, im Jahr 2000 Fraktionsvorsitzender der Union zu werden und damit auch Oppositionsführer. Denn das sollte man dazu sagen, seit 1998 sind die SPD und die Grünen an der Regierung. Zwei Jahre lang ist Friedrich Merz dann in diesem Amt, aber er bekommt Konkurrenz. Und diese Konkurrenz ist so übermächtig, dass er sich ihr schließlich beugen muss. Im Jahr 2000 wird Angela Merkel Parteichefin und 2002 übernimmt sie dann auch den Fraktionssitz. Friedrich Merz ist nur noch Stellvertreter, bis er schließlich auch dieses Amt irgendwann aufgibt. Einige Jahre lang schaut er sich das noch an, bis zur Bundestagswahl 2009. Dann hat er genug und zieht sich komplett aus der Politik zurück. Und auch das legen ihm seine Anhänger positiv aus. Friedrich Merz kümmere sich nicht um Ämter, sagen sie, und er schaffe es, sich immer wieder neu zu erfinden. In diesem Fall als Mann der Wirtschaft. Ab 2009 steigt er bei verschiedenen Unternehmen ein, vor allem als Aufsichtsrat. Friedrich Merz wird Vorsitzender des Aufsichtsrats einer Firma, die sich auf Papier spezialisiert hat. Vorsitzender des Aufsichtsrats der Flughafen Köln-Bonn GmbH. Und 2016 Vorsitzender des Aufsichtsrats des Deutschland-Ablegers von Blackrock. Blackrock, diesen Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist der weltweit größte Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von aktuell rund 10 Billionen US-Dollar. Der Einfluss von Blackrock ist riesig. Bei einem Drittel der deutschen DAX-Unternehmen ist Blackrock der größte Einzelaktionär mit entsprechender Macht. Und genau diese Macht nutzt Friedrich Merz dann auch aus. Als wichtiger Lobbyist für große Konzerne ist er ab 2016 überall in Deutschland unterwegs. Seine Anhänger sagen, er lerne dabei die andere Seite kennen und bekomme wichtige wirtschaftliche Kompetenzen. Außerdem, auch das ist eines ihrer Argumente, würde er durch seinen Job schaffen, unabhängig zu werden. Und wirtschaftlich gesehen stimmt das auch. Rund eine Million Euro brutto verdient Friedrich Merz in dieser Zeit nach eigenen Angaben pro Jahr. Fast zehnmal so viel wie als Abgeordneter. Das Geld fließt in Immobilien, angeblich in zwei Kleinflugzeuge und auch in eine eigene Stiftung. Friedrich Merz kümmere sich eben auch um die weniger Privilegierten, meinen seine Anhänger dazu. Und es ginge ihm eben nicht nur um das Geld. Deshalb, so die Argumentation, habe er sich 2018 dann auch um den Parteivorsitz der CDU beworben, obwohl der viel Arbeit mit sich bringt und gleichzeitig ehrenamtlich ist. Für Friedrich Merz ist der Job aber trotzdem attraktiv, denn er könnte für ihn das Sprungbrett ins Kanzleramt sein. Dort will er laut Vertrauten irgendwann mal hin, das ist sein großes Ziel. Er habe auch bewiesen, dass er politisch führen könne, hat Friedrich Merz mal in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt. Und dann, Kanzler kann werden, wer Krise kann und wer Erfahrung in der Politik hat. Und genau das trifft auf Friedrich Merz zu, sagt er selbst und sagen seine Befürworter. Trotzdem klappt es erst im dritten Anlauf damit, Vorsitzender der CDU zu werden, nämlich Ende 2021, Anfang 2022. Jetzt ist er auf jeden Fall im Amt und er läuft sich als Oppositionsführer warm für mehr. Egal um welches Thema es geht, immer wieder meldet sich Merz zu Wort, auch und vor allem über Twitter. Damit will er im Gespräch bleiben und auch seinen Ruf als Macher weiter ausbauen. Mit ihm geht es bergauf, sagen seine Anhänger und verweisen darauf, dass die CDU in Umfragen zugelegt habe, seit dem Merz neuer Parteichef ist. Und zumindest teilweise stimmt das auch, je nachdem, welche Umfrage man sich anschaut. Aber hat Friedrich Merz tatsächlich das Zeug dazu, Bundeskanzler zu werden? Auf gar keinen Fall. Meinen die, die gegen ihn sind. Und damit sind wir direkt bei der nächsten Frage. Zweitens, was sagen seine Gegner? Für sie ist Friedrich Merz ein Mann von gestern. Einer, der noch in den Wertevorstellungen der 1990er oder 1980er Jahre festhängen würde und dessen politische Ideen nicht innovativ sein, sondern veraltet. Und auch persönlich halten sie nicht so viel von Friedrich Merz. Er sei ein Selbstdarsteller, ein arroganter Reicher, ein Freund der großen Unternehmen und jemand, der eine völlig falsche Selbsteinschätzung und Selbstwahrnehmung habe. Als einen Beleg dafür fühlen sie unter anderem etwas an, das Friedrich Merz vor einigen Jahren gesagt hat, als es um die rund eine Million Euro ging, die er pro Jahr verdient. Wie gesagt, nach eigenen Angaben. Zitat. Ein Millionär als Teil der gehobenen Mittelschicht? Das ist ein ziemlich schiefes Bild. In Deutschland gehört man ab einem Vermögen von rund 700.000 Euro zu den oberen 5 Prozent, was auf Friedrich Merz zutrifft. Seine Gegner sehen das als Beleg dafür, dass Merz völlig die Verhältnisse aus dem Blick verloren habe. Ärmere Menschen seien ihm egal. Meinen sie, ihm gehe es nur um diejenigen, die Geld hätten. Sie nehmen Friedrich Merz jetzt aber auch nicht ab, dass er seit einiger Zeit öfter davon spricht, dass man Menschen in prekären Situationen unterstützen müsse. Das sei alles nur Taktik, um potenzielle Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, sagen sie. In Wirklichkeit fehle ihm jegliches soziales Verständnis. Ein weiterer Beleg dafür ist für die Gegner von Friedrich Merz eine Äußerung, die er in Bezug auf die Corona-Pandemie gemacht hat. Im September 2020 meinte er, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können. Seine Kritiker sagen, das, was er damit meine, ist, den Leuten, denen es wegen der Pandemie finanziell schlecht geht, die sollen sich nicht beschweren, sondern einfach endlich mal wieder richtig arbeiten. Für sie passt es aber auch ins Bild, dass sich Friedrich Merz in seiner Zeit als stellvertretender Fraktionsvorsitzender kurzzeitig dafür ausgesprochen hatte, den Kündigungsschutz in Deutschland aufzuweichen. Nach Protesten aus der eigenen Partei ist er dann zwar ziemlich schnell zurückgerudert, aber es bleibt eben ein Beigeschmack. Und generell gibt es immer wieder Aussagen von Friedrich Merz, die für seine Gegner Belege dafür sind, dass er in einer Welt von gestern leben würde. Zum Beispiel auch, was Frauenrechte angeht. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Hashtag Grünen beim Thema Burka-Verbot auf unserer Seite wären. Vollverschleierung ist ein Zeichen der absoluten Missachtung fundamentaler Rechte von Frauen. In unserer offenen Gesellschaft zeigt man sein Gesicht. Das hat Friedrich Merz zum Beispiel vor rund zwei Jahren bei Twitter gepostet. In Wirklichkeit, so das Argument, gehe es ihm aber gar nicht um Frauenrechte. Stattdessen würde er das nur vorschieben, um rechte Wählergruppen zu bedienen. Auf dem Rücken von Frauen. Gerne hingewiesen wird dabei auch auf eine Abstimmung im Bundestag aus dem Jahr 1997. Damals ging es um die Frage, ob Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt werden soll. Das war bis dahin in Deutschland nämlich nicht der Fall. Knapp 140 Bundestagsabgeordnete von der Union und der FDP haben damals dagegen gestimmt. Sie haben das Gesetz in dieser Form abgelehnt. Und zu diesen Abgeordneten gehörte auch Friedrich Merz. Bei der Begründung damals ging es um juristische Details zu einer sogenannten Widerspruchslösung. Mehr dazu erfahrt ihr unten in der Infobox. Aber bei vielen hat auch das einen sehr bitteren Beigeschmack hinterlassen. Unter anderem auch in Bezug auf Friedrich Merz. Das wird ihm bis heute immer wieder vorgehalten. Alles das sind Dinge, die Merz' Gegner sehr kritisch sehen. Genauso wie seine Haltung bei großen Zukunftsthemen, wie dem Klimaschutz. Zwar sagt Friedrich Merz immer wieder, dass es eine Sache sei, die man dringend angehen müsse. Er weist aber gleichzeitig auch darauf hin, dass man bei allen Plänen immer auch die Wirtschaft im Blick haben sollte. 2019 hat er dazu in einem Gastbeitrag für die Zeitung Welt in Bezug auf die damaligen Klimaschutzpläne der CDU-geführten Bundesregierung geschrieben. Hinter der lautstarken Kritik versteckt sich vieles, nur nicht der Wunsch nach mehr Umweltschutz. Es geht um die Zerstörung unserer marktwirtschaftlichen Ordnung. Doch für mehr Umweltschutz brauchen wir die Unternehmen. Immer wieder kritisiert Friedrich Merz auch Gruppen wie Fridays for Future, aber auch Umweltverbände wie Greenpeace dafür, dass sie seiner Meinung nach zu weit gehen würden. Der Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future hatte in der Talkshow Markus Lanz einmal indirekt vorgeworfen, das Zitat, ganze System infrage stellen zu wollen. Ansichten, für die Friedrich Merz viel Kritik einstecken musste. Seine Gegner sehen in ihm jemanden, der zwar vorgibt, für etwas zu sein, in diesem Fall für Klimaschutz, in Wirklichkeit aber alles so lassen möchte, wie es jetzt ist, weil es ansonsten der Wirtschaft schaden könnte. Und auch das ist ein Vorwurf, der Friedrich Merz schon seit längerer Zeit begleitet. In Wirklichkeit wäre er nach wie vor Lobbyist für große Unternehmen, für die Wirtschaft. Zwar wäre er nicht mehr im Aufsichtsrat von BlackRock, aber die Verbindungen würden trotzdem bis heute noch bestehen und sich indirekt auf die Politik von Friedrich Merz auswirken. Er selbst bestreitet das. Aber an all diesen Punkten kann man schon ganz gut erkennen, Friedrich Merz polarisiert vor allem zwischen den politischen Lagern. Für die einen ist er die konservative Leitfigur, die die CDU wieder dorthin führt, wo sie einmal gewesen ist, in Klammern vor Angela Merkel. Für die anderen ist er ein ewig gestriger Wirtschaftsmann, der noch in Denkmustern von vor 20 oder vor 30 Jahren unterwegs ist. Aufmerksamkeit bekommt er so auf jeden Fall und vermutlich hat das auch dazu beigetragen, dass er schließlich zum CDU-Chef gewählt worden ist. Bis zur nächsten Bundestagswahl dauert es zwar noch eine ganze Weile, wie vorhin schon gesagt, aber schon jetzt wird natürlich darüber diskutiert. Könnte Merz auch Kanzlerkandidat der Union werden? Und wenn ja, mit welchem Programm wäre das möglich? Und das sind Fragen, die ich einfach mal an euch weitergebe. Was denkt ihr denn darüber? Und wie seht ihr die Argumente der Befürworter und wie die der Gegner? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Lasst uns da fair darüber diskutieren. Und sachlich muss man bei solchen Themen immer wieder dazu sagen. Und hier neben mir findet ihr noch ein Video über den aktuellen Bundeskanzler, nämlich Olaf Scholz von der SPD. Und direkt darunter etwas von den Kollegen von die da oben über eine weibliche Gegenspielerin von Friedrich Merz, nämlich Annalena Baerbock von den Grünen. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.